Chris kommt an bei DSDS mit einem Scooter. Passt ja zur Staffel bezüglich des Jurors. Und sein Lied ist eine Eigenkomposition, der Schlüpfer-Song. Nicht gerade lang, aber ich sag mal so, Betitelung ist interessant. Er zeichnet sich im Vorstellungsvideo aus mit einem starken sächsischen Akzent. Der für mich aber mehr so klingt, als sei er stark aufgesetzt. So als sei er gar nicht aus dem, ja, sexuellen Bereich. Und ich muss sagen, er hat auch ein bisschen eine Ähnlichkeit mit dem Sachsen-Paule, falls jemand das noch irgendwas sagt. Und ja, also eindeutig hier, das ist Klamauk. Man will ja einfach eine kleine Verarsche machen. Und ich muss sagen, bei mir ist das auf jeden Fall sehr gut angekommen. Okay, das Lied war jetzt nicht so der Brüder. Das war eher schlecht und so. Aber ich wundere mich, warum war die Musik da so leise? Also was haben die Tontechniker da für einen Morgs gemacht? Also man wollte ihn wohl absichtlich, ja, schlecht dastehen lassen und keine Bühne geben, indem man sozusagen, ja, die Tontechnik manipuliert. Also, tja, also bei DSDS, also da muss man anscheinend irgendwie auch sozusagen, wenn man da Klamauk machen will, sich wirklich verarschen lassen, nicht zu gut sein und irgendwie in gewisser Weise mitspielen, kann ich mir vorstellen. Und sich da sozusagen zum, ja, RTL-Opfer machen. Aber wirklich sozusagen es, selbst bei solchen Klamauksachen wirklich als Bühne nutzen zu können, ist wohl auch sehr schwierig.